Also, wir machen heute ein kleines Gericht hier im La Boheme, eins von unseren Signature Dishes, Bachseibling. Und der ist auf der Haut gebraten in Limonengutter. Wir haben dazu ein Blumenkohlpüree gebraten mit Blumenkohlrösschen, Currypropforn, Red Dofa als Gewürz. Das Ganze ein bisschen und nochmal. Und einen schönen Rieslingchaum dazu. Und wir machen das jetzt mal zusammen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.